Ich bin Yosho und ihr seid hier richtig herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück. Heute mit dem kleinen Thema Pokémon. Ich war ja eigentlich als Kind, war ja schon älter. Eigentlich nie aufgewachsen mit dem Pokémon Thema. Trotzdem bin ich nicht Fan, aber ich schaue es gern und finde es eigentlich recht cool. Und da habe ich vor kurzem bei Müller den kleinen Kerl gesehen und konnte ich natürlich nicht stehen lassen. Meisterdetektiv Pikachu stelle ich schön in meine Vitrine mit rein. Coole Sache finde ich. Genau. Und jetzt hatte ich mir das 4K Steelbook Meisterdetektiv Pikachu noch dazu geholt. Hatte ich heute auch gleich gesehen. Finde ich klasse. Den Film, ich habe eine 7,5 von 10 gegeben. Und ich finde der ist ein bisschen so wie die Marvel Filme so in der Manier. Ähm. Ja. Ich fand Film da gut. Also. Kann ich nur empfehlen, aber natürlich kann ich ihn nicht mehr als 7,5 geben, weil es halt auch wieder so Comic-Verfilmung ist. Und ja. Ich bin jetzt ein großer Fan von Comic-Verfilmung. hat leider nicht mehr für mich gereicht. Aber äh. Und äh. Äh. Unterhält euch auf jeden Fall hammermäßig. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal holen. Kann ich euch empfehlen. Und ja. Das ist so mein kleines Thema Pokémon. Vielleicht kommt da mal wieder was in die Sammlung. Und ja. das war's dann schon wieder mit dem Mini 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 Update heute. Und ähm. Ja. Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin. Macht's gut. Servus. ho Ja. Vielen Dank.